Auf der Bot spielen Yasu gegen Yasu mit Yasu und Yasu als Supporter und Yasu gegen Yasu auf der Mitte und auf der Top treffen sich Yasu gegen Yasu, es ist einfach atemberaubend, es ist einfach phenomenal, es ist einfach irgendwie strange. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play League of Legends. Wir spielen momentan den Modus, der frei ist, ich und der Yasu Hainun sind momentan da noch irgendwie, wir tun da noch so ein bisschen Abstechen hier. Ansonsten sieht das ja wirklich komplett gleich aus und ich habe keine Ahnung, wie man Yasu spielt, muss ich gestehen. Ich habe mir gerade eben, habe ich Ari verkauft, um mir zwei Runen-Seiten kaufen zu können, weil die sind echt mega teuer. Deswegen habe ich mir gedacht, okay gut, Ari spielt momentan eh nicht mehr so, weil ich die Mitte nicht so mag, deswegen habe ich Ari verkauft. Und ich habe ja noch Akali für die Mitte und noch ein paar andere. Darauf habe ich mir jetzt eine Runen-Seite geholt, zum Glück, denn dann habe ich für Yasu jetzt eine Runen-Seite, so ähnlich, ich habe jetzt die AD-Carry und Jungler-Runen-Seite genommen, die mir Armor, Penetration, was habe ich noch gehabt, Leben gibt sie mir, Attack-Damage gibt sie mir, lauter so ein Zeug. Auf jeden Fall muss ich mir auch noch Runen kaufen, ich habe momentan sehr wenig Runen, die sinnvoll sind. Ich habe zum Beispiel momentan fast keine Armor-Penetration-Runen oder Magic-Penetration und auch kaum Magic-Resistance-Runen und sowas, wo ich mir alles noch holen bleibe, bin ich gerade dabei. Jetzt hast du ein kleines Spaßspiel hier, welcher hat er noch nicht fertig geladen? Der High-Noon, der ist wohl wieder High. Der High-Noon, der ist nun wieder High, oh mein Gott, ich bin so witzig, oder auch nicht. Was kauft man sich mit Yasu, ich habe keine Ahnung. Ich spiele aber mal Like an AD-Carry. So, Yasu Like an AD-Carry. Oder ich gehe Tank-Yasu, damit rechnet keiner. Tank-Yasu, toll, freut mich. Lol, stößt nach vorne und verursacht, ich probiere das mal. Was ist das? Okay. Ah, das ist der Schild, okay. Und, was bist du? Stürme ein... Ich stürme auf einen Gegner zu, okay, alles klar. Lauter Yasu's, gefällt mir irgendwie. Mit Sporo, du ifit. Ein Wanderer ist nicht immer verloren. Die Vivalen sind erschienen. Tschüss, Poro, tsch, tsch. Tschüss. Tschüss. Ein Schwert ist eine gute Begleitung. Tschüss. 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 Das ist ein Mist. Aber irgendwie cool, gefällt mir. Und ich krieg natürlich, momentan hab ich mega... ...viel Leben. Mach ich das? Ah, okay. Oh mein Gott, Yasuo hat Yasuo getötet. Klasse. Oh mein Gott, ey. Hab ich was getötet? Keine Ahnung. Oh mein Gott. OMG, Alter. Das ist so dumm. Ich tu mal das da, ich hab keine Ahnung. Also das eine ist nach vorne, das andere ist... Oh mein Gott. Da der Tornado? Stimmt, russ des... Der hat da den Tornado schon. Legs des Wanderers, bewegen. Wie kommt der Tornado her? Wie macht man den Tornado? Ich hab keine Ahnung. Stahlsturm. Ich versteh Stahlsturm nicht ganz. Windschwert. Windschwert kenne ich ja. Aber Stahlsturm? Irgendwer ist ein Blutrausch. Das ist toll. Habe ich keine Kosten, aber irgendwie geht das doch nicht. Hm, keine Ahnung. Moment. Sprinte zu einem Gegner, der mir in der Luft verursacht. In der Luft. Bei einem Treffer gewährt Stahl schon zehn Sekunden lang eine Steigerung aufziehen. Bei zwei Steigungen. Ah, ich muss zweimal den Steiger und alles klar. Genau. Eins. Zwei. 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 Irgendwie steigern, 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 steigern. Oh mein Gott. Und. Jetzt meine Steigerung weg. Scheiße. Jetzt meine Steigerung weg. Nein! Das wird der Steigerung klappt irgendwie nicht so klasse, also ich muss dreimal steigern, dann kann ich attackieren. Das ist natürlich schwer, wenn es dich dann natürlich erst mal. 1, 2, steigern, 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 steigern. Oh, ich habe aber kein Dings frei. Ich darf doch langsam mal sterben. Ich habe nämlich immer so einen Tatsch mit der ganzen Gula. Jetzt bin ich gestorben. Okay. Nach 1, 1. Ich habe sogar einen Kill gemacht. Wann habe ich das geschafft? Okay, dann machen wir jetzt als nächstes System hier mal. Die werden sich gleich sehr wundern, wenn ich damit so noch mit so einem massiven Leben zurückkomme. Vielleicht in den anderen Asus sehe ich ja ein bisschen komisch aus. Wie sie sich hier alle Attackezeug kaufen und ich hier mit meinem Randuin. Das ist gut eigentlich. Ich habe noch keine Steigerung, das war da eigentlich. Ich habe einen Gegner getötet, hey. Und ich habe so viel Leben, dass es mich nicht interessiert. Ich muss jemanden in die Luft werfen mit drei Steigerungen und dann attackieren. Das ist mega nervös. Mega nervös. Knapp, knapp, knapp. Okay. Vermutlich wäre eigentlich Magieresistenz. Das ist mega sinnlos. Dann hole ich mir mal das da. Die Leute werden sich angucken. Hä? 2,3 Schaden. Go, go, go. Go, go, go. Go, go, go. Guck mal den Yasuya an. W blev. Sperl. Noch will ich den ins Meer. Du. Du. Allerdings. Dominik. Und wir sind auch nicht alle arbeiteten. Wir sind jetzt hier mit der Kleine. Und wir sind dran, wenn wir einfach auf Mine gegangen sind. Der ist ja nicht so weiterkommen. Guck mal den. waren aber nichts was irgendwie so hätte dass hier was erreicht ja wo wir was hochgerufen ich denke das ding einfach hier ist ich habe mehr leben ich bin der tanker sucht in der tanker suchen ja läuft immer mega gut gefällt mir damit rechnet gerne dass irgendjemand auf tank geht gegner team macht zum beispiel jetzt haben wir da hat mich einer kopiert er fängt auch einer so irgendwas erreichen wir brauchen einen wir brauchen einen aber aber das film fokus klappt nicht so recht also muss es ist so nervig war erste steigerung 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 ich habe zwei steigerungen ich habe das nicht dann viel oder eine steigerung ich höre es mal wieder leben leben kein leben um sich erleben das ist das leben leben ja das ist immer noch kein leben jetzt ist das leben wenn ich weg gehe ist das leben pass alle her und los ich habe einen hier für euch ich habe einen hier und go ich kann ich kann ich kann auch mal den Job ist doch alles gemacht aber ich habe ich habe einen kill gekriegt weil ich habe einen kill gekriegt tank ich bin es der tank tada ich habe einen kill gemacht und einen kill gemacht oh das war mein strom okay 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 mal hier das Ding noch und da bin ich gestorben das dritte mai jetzt ich hoffe ich kann, ich bin 25 jetzt hole ich mir noch Rüstung, Lebenfähigkeitsstärke Oder achst doch den Hammer. 500 Leben. Oh, ich hol mir lieber doch mal das Ding hier. Und dann kann ich ja immer noch auf den Hammer gehen. Den ich mir auch gleich... Ich warte, ich hör mir gleich noch das Ding hier. Es wird lustig jetzt. Gefällt mir irgendwie. Tank Yasuo. Einer muss ja tanken. Hallöchen, ich bin ein Tank. Na, hat ein Problem, ne? Ja, aber ich möchte ein Problem mit mir. Na, du Sackes. Du möchtest ein Problem mit mir? Komm ruhig her. Ich krieg ihn auch noch. Habe ich was gekillt? Nein, unheimlich. Aber ich bin ein Tank. Ich brauch keine Kills. Ich muss nur... ...unterstützen wirken. Hallo, ist jetzt geil. Wuuuuh, das funktioniert doch super hier. Wasch für'n Tank. Wasch für'n Tank. So, hauen wir hier mal drauf. Ich war aber weiter drauf. Das wird schon. Ich bin der Tank. Ich halte das aus. Ich bin der Tank. Ich bin der Tank. Yo, und das war's. Yasu ging, 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 Yasu ging. Hat Spaß gemacht. Mit nem Tank hat keiner gerechnet. Das haben sie mir dann gleich nachgemacht. Hat aber nicht so gut geklappt, weil sie natürlich am Anfang alle auf Attack gegangen sind. Ja, warum nicht? Kann man mal machen. Hat es bestimmt nicht so lange gedauert. Ist ja eine Folge. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielleicht mache ich noch so'n Spiel gleich. Mal gucken. Ciao. Ciao.